Atyutashtakam, Erläuterung des 169. Liedes im Yoga-Vidya-Kirtan-Heft. Atyutashtakam sind die acht Strophen zur Verehrung von Atyutha. Atyutha heißt Krishna. Krishna ist nicht gefallen, er ist fest, er ist beständig. So sind es die acht Strophen zur Verehrung von Krishna. Dieses Lied, dieses Atyutashtakam, wird Shankaracharya zugeschrieben. Es gehört zu den Bhakti-Werken von Shankaracharya. Shankaracharya war ja besonders bekannt als der große Vedantin, der große Lehrer des Jnana-Yoga, aber er war auch ein großer Bhakta, ein großer Gottesverehrer. Er sang viele Hymnen und komponierte viele Hymnen zur Verehrung von den verschiedenen Aspekten Gottes. Unter anderem verehrte er Krishna, Shiva und auch die göttliche Mutter. Und Atyutashtakam sind die acht Strophen, Atyutashtakam, zur Verehrung von Atyutha, also Krishna. Diese Versen sind in einem wunderbaren Versmaß geschrieben. Sie haben eine bestimmte Dynamik und wir singen Atyutashtakam gerne an Mittwoch, dem Krishna-Tag. Und immer dann, wenn Zeit dafür ist, besonders natürlich auch an Krishna Jayanti, dem Geburtstag von Krishna.